GNTM, erster Postnachttrennung. Romina Palm macht Geständnis. Ihre Liebesgeschichte hat ein Ende. Es fällt mir nicht leicht, aber ihr habt ein Recht es zu erfahren, Romina und ich haben uns getrennt, sick. Teilte Stefano Zarella, 32, seinen Fans am Donnerstag Nachmittag, 9. März 2023. In seiner Instagram-Story mit. Der Foodblogger erklärte, es hat für eine Beziehung am Ende einfach nicht mehr gereicht. Es fällt schwer zu realisieren, aber wir werden ab nun getrennte Wege gehen. Auch ex-GNTM-Kandidatin Romina. 23, teilte das Statement in ihrer Story. Jetzt verfasst die Influencerin persönliche Zeilen und lässt dabei auch in ihre Seele blicken. Schon in der Vergangenheit habe ich neben all den schönen Momenten, die ich erleben durfte, auch die nicht so tollen Ereignisse meines Lebens mit euch geteilt, meine Therapie, die ich Anfang des Jahres begonnen habe, hat einiges in mir aufkommen lassen. Leitet Romina ihr Statement auf Instagram ein. Sie schildert ihren Fans, dass sie viele Dinge, die sie verdrängt hat, Stück für Stück aufarbeiten möchte. Es scheint, als hätte sich die die ehemalige GNTM-Kandidatin zuletzt in ihrer Beziehung mit Stefano verloren. Will jetzt weder mehr zu sich selbst finden, das Model bestätigt die Trennung. Macht aber auch klar, dass es keine weiteren Infos geben wird. Viel mehr möchte sie mit ihren Fans in die Zukunft schauen. Sie haben eine Sendung verpasst. Alle Germanis Next Top Model Infos können Sie in unserem News-Ticker nachlesen. Verwendete Quelle, Instagram.com Verwendete Quelle, Instagram.com